Hallo, mein Name ist Hanna, das ist Conny und wir sind von Germany. So, jetzt reden wir auf Deutsch weiter, denn wir möchten ganz lieb Sabrina Knoblich aus Münster grüßen. Genau, du kannst leider nicht hier sein, aber wir haben schon mal eine ganz gute Zeit Fotos für dich gemacht. Und beim nächsten Mal sind wir zusammen alle in Prag, wenn es dahin gehen soll. Und bitte beim nächsten Mal auf den Füßen aufpassen, weil wir wollen auch nicht nach Prag mit dir ohne Rollstuhl. Tschüss!